Jetzt wird der Robert Neumann von der Rüttemberg und der Föder-Rübers auf dem Weg in die dritte Runde. Ein leichtes Gäste, der 10. Rüttemberg in der Rüttemberg. Robert umzielt, herzlichen Glückwunsch, Robert. Die 2. Bündlinge und Robert hat ein tolles Rennen. Vorbei läuft Ingo Jagdhuber jetzt so auf dem Weg zu euch mit der Startnummer 221 auf dem Weg ins Ziel. Der Nächste, der Thomas Langhorst von ADS-Bundenturm. Dann noch hier vorbei in die zweite Runde, die 263 zu 262. Nämlich die Astrid Mannecke und Kjörg Mannecke. Und mit der Startnummer 362 jetzt auf dem Weg für die nächste Runde. Über die 10 Kilometer Maräne-Rekrie vom OSC Brünerhafen. Wie schlimm. Die Schöne-Rekrie-Marene-Ressorten-Sachen aus dem Weg für die 65. Ein tolles Kompliment, 4-mal eben. 204 jetzt auf dem Weg ins Ziel. Und mit der Lugas-Doppel und der Pax-Bandau. BK-Kreis bin ich. Widerschaft Nummer 303. Und mit der 3. Runde. Der Runde, der Runde, der Runde, der Runde, der Runde, der Runde. Die Ruhe von Tiefenbrüchen und der Runde. Die Runde und der Runde. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.